Ja, nochmal eine kleine Neuigkeit, was ich mir nach dem Fahrrad kaufen will. Ich mache jetzt erst das Fahrrad und nach dem Fahrrad hole ich mir nur noch drei Sachen zum Aufblasen. Ich hole mir nach dem Fahrrad noch das Geschicklichkeitsspiel, den Fußballtischkicker und die Affenhüpfburg, dann noch drei Gebläse, drei knarren Werkzeugkästen, so Schrauberwerkzeugkoffer, einen Stromerzeuger, zwei Laptops, die Verbindungskabel für die Stromverteiler, und zwei oder drei Stromverteiler noch und das war's. Also mehr fällt mir zumindest nicht ein. Und dann vielleicht noch vier von den Lampen, von diesen Outdoor-Stage-Lampen, das weiß ich aber noch nicht. Auf jeden Fall hole ich mir nach dem Fahrrad nur noch drei Sachen zum Aufblasen. Einmal das Geschicklichkeitsspiel, den Fußballtischkicker und die Affenhüpfburg und mehr nicht. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss. Auf jeden Fall, das Fahrrad mache ich jetzt zuerst. Und danach kommen erst die anderen Sachen. Dann bis später. Tschüss.